Willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of DMS. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen zurück nach Belkent. Direkt nachdem hier wieder etwas abgegangen ist, scheinbar. Nein, gut. Ich frage mich ja immer noch, was das für ein Item war, was Tier aufgesammelt hatte. Aber es passiert doch was. Und da draußen gehen wir arbeitlos. Ich hasse sie. Arrgh! So. Hey, Aston lebt. Cool. Hm. Er ist der einzige Überlebende der Seniorenregale. Okay. Das ist allerdings eine gute Frage. Warum ist er da? Okay. Er hat eine Albiore 3 erschaffen. Und wieder mal Spinoza. Da gebe ich euch recht. Das ist echt langsam nicht mehr lustig. Der ist ja nur am stalken und zuhören. Ja. Ja. Ja, bitte nicht normal kommen, ne? Ja. 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 ich will den Schokin um die Bewerbung zu ermöglichen. Was? Das ist doch kein Schokin? Ich weiß nicht, dass ich den Schokin um die Bewerbung zu tun habe. Ich will den Schokin um die Bewerbung zu helfen. Ich werde das nicht wegnehmen. Entschuldigung! Ich werde nicht erinnern. Ich weiß! Ah, wir werden ihn zum Arbeiten zwingen, wenn wir ihn in die Finger kriegen. Das ist ja gut. Ruhig trotzdem mal gucken, wie ich hier überhaupt rauskomme. Das ist jetzt so die Hauptfrage, die ich habe, weil ich hier ganz offensichtlich keine Ahnung habe, wie und wo ich rein bzw. rauskommen kann. Da ist der zweite Eingang, glaube ich, müsste hinkommen. Dodo kann weggehen. Ach, Schnabel oder keine Ahnung. Ich gehe mal ungefähr in die Richtung, das kommt mehr oder minder hin. Aber nach wie vor, keine Ahnung, wo es lang geht, keine Ahnung, wie ich da eigentlich richtig hinkomme. Das ist ein bisschen traurig, dass ich nicht weiß, wie ich da richtig hinkomme, nachdem ich jetzt ziemlich oft vorbeigelaufen bin irgendwie. Naja, das sieht zumindest gut aus hier. Auch wenn ich nichts sehe hinter diesen Bögen. Boah! Muss das sonst nicht hier irgendwo gewesen sein? Oder nicht? Ich dachte jetzt... Irgendwo hier... Irgendwo da ist und so rauskommen wir. Aber scheinbar ja nein. Das ist ja... Jetzt lassen wir sehen uns, wenn ich wieder rausgekommen bin. Bis gleich. So, gefunden geht's doch. Meine Güte. Bitte? Oh, die ist rot, die dich haben. Also Spinoza wird gleich abstürzen, weil er sowieso nur genügend Treibstoff für einen Testflug hat. Harharhar. Ja, also wir werden ihn jetzt hinterherfliegen, in der Albior, wenn ich ihm mal rauskomme... ...oder, vielleicht geht's auch einfach mal... ...ah... perfekt. Schöne Verfolgungsmusik Dafür, dass ich wahrscheinlich gar nichts machen darf Aber egal Oh yeah Wie gesagt, das hatte mal irgendwas Aber Aha Farblich finde ich aber Die dritte Version besser Will haben Ich finde sie irgendwie Interessanter gestaltet Okay Klingt, als würde er abstürzen Klingt, als würde er abstürzen Klingt, als würde er abstürzen Okay Wir nehmen also an, dass er dadurch, dass er ein alter Mann ist, lieber zur Stadt rennt, anstelle sich Monstern zu stellen Irgendwie sehr wahrscheinlich Auch wenn er nicht unbedingt dahin rennen sollte Aber gut Er ist ja nur in dem Wald da Von daher macht das dann irgendwo noch Sinn Spinoza, das ist unverzeihlich Geil ist nur Sauerweil Ja Die Schwebeantriebe Unglaublich gute Von Tech-Maschinerie ist Und Naja Spinoza im Prinzip gerade gecrasht hat Prioritäten eines Mannes eben Okay Das war jetzt irgendwie cool Seltsam Aber cool Ich hätte auch gerne Mewen So Zum rumwerfen und so Aber Naja Er ist nach Sheridan gegangen um Ja im Prinzip Sich zu entschuldigen an den Gräbern Und sein Respekt zu zollen Naja Dann hat er gehört, dass Aston nach Oder in die Megiora Highlands Wieder gehen wird Und wollte sich entschuldigen Na gut Naja Wenigstens ist er zu Einsicht gekommen Es ist natürlich mal wieder zu spät Die ganzen Leute sind jetzt tot Er hat sie offen gewissen Naja Er hat sie Ich habe keine Ahnung, 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 ich habe keine Ahnung. Wenn du dein Herz wirklich ist, dann würde ich dir das gerne. Was ist das? Das ist der Zeit, oder? Ich habe eine Analyse für die Analyse für die Analyse. ein schöner satz also wir haben jetzt momentan erst noch gebeten ganz höflich dass er sich um das miasma kümmert und erforscht um zu gucken wie er es isolieren kann ungeachtet von seinem charakter brauchen wir nur mal seinen hirn die erste tippt was hittigen noch ein kitzender an der tippt mann noch kein kürzer sondern das ist kursarer und städte es wird die erste tippt die erste tippt Arston setzt sich sogar noch für ihn ein, was wir ihm trauen und ihm die Thematik überlassen. Gut, Natalia hat jetzt veranlasst, dass er unter 24-stündiger Überwachung steht, also von daher sollte das kein Problem sein. Diese Forschung? Ich werde mit den Fünn-Kot-Schein arbeiten. Ich bin ein sehr interessanter für mich. Ich habe mich überrascht, aber ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Dann gehen wir zu Spinoza. Ich werde den Arbior 3-5-Ki-A-A-A-A-A-A-A. Also Spinoza wird jetzt hier in Belkend das Miasma untersuchen, Aston wird die Albion 3 zurück nach Sheridan bringen und wir, was machen wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nach Dart gehen in den Vulkan oder was? Ja, das dachte ich mir doch schon. Achso, noch ein anderer. Ich dachte in dem Vulkan-Ding sollte das so oder so sein, aber gut. Gut, also ist es für uns auf nach Dart. Und Anise glaubt ihm immer noch nicht. Also Spinoza jetzt. Naja, Spinoza ist... ja, Bruce sag ich immer noch. Spinoza ist... Spinoza ist... Spinoza ist... Ja, Anise gefällt der Plan nun mal wirklich nicht. Aber gut, was soll man machen? So ist die Story. Kann ich nicht ändern. Soll so sein. Naja, wir müssen also jetzt wieder nach Dart. Dart ist wenigstens nach oberhalb. Ich schätze mal, wenn wir fertig sind mit dem Spiel, ist alles unten. Aber naja, gut. Äh... ja, einmal abheben bitte, danke. Bitte, danke. Und dann aber so. Dart war da oben, wenn ich mich jetzt rechte. Aber ich mag auch die Flugmusik, von daher passt das schon, wenn ich hier so ein bisschen rüberfliege. Ich finde es sehr interessant, dass dieser gesamte Kontinent im Prinzip ein Dungeon ist. Das ist schon faszinierend anzusehen. So, hier sind wir wieder in Dart. Mal wieder. Ich habe ja nichts besseres zu tun, als hin und her zwischen irgendetwas und dann Dart. Und dann irgendetwas und wieder Dart. Irgendwann bin ich fertig mit Dart. Irgendwann muss ich hier nicht mehr hin. Irgendwann ist alles besser. Das ist eine Passage von der Kathedrale nach den Berg Saleho geben. Also kann es auch einen Weg zum Passage-Ring geben. Yay! Na, dann gucken wir uns noch mal um. Mal wieder. Ich weiß, ich sage es oft, aber wie oft bin ich jetzt schon hier gewesen? Das ist unglaublich. Das ist Glaube. Mann, Mann, Mann. Was jetzt schon wieder? Oh, Halle Moos! Alter! ... ... ... Okay, der sagt mir einfach, dass ich da lang gehen muss. Okay. Und Wahn ist mit den Göttergeneränen einfach mal scheinbar abgehauen. Mehr als die Hälfte aller Orakelritter haben sich Wahn angeschlossen. Also muss Moser eine kleine Privatarmee wieder selber zusammenbauen. Okay, der Raum, welcher verbunden ist mit dem Passagenring, ist hinter einem Korridor, welcher versteckt ist, um Einringlinge herauszuhalten. Okay, wie auch immer. Ja, Moser kann uns egal sein, weil Moser im Prinzip nur den Score aufrechterhalten will. Anders als Wahn, welcher ja alle Leute klonen möchte. Ich witte, sie denkt sich auch, dass er in Ocean Cave ist und fertig. Also Wahn, jetzt mal wieder. Naja, seltsam fühlen. Oder sich seltsam fühlen. Ich glaube, es ist so schlecht, wenn ich den Mosse nicht verabschiede bin. Ja, es ist so schlecht, aber es ist so schlecht. Ach so, wie Ion gesagt hat. Ich glaube, das Ziel ist, dass ich den Schoen zu retten. Ich glaube, es ist kein Grund für mich. Ich glaube, ich kann es dir, dass ich den richtigen Weg erzähle. Ich glaube, das ist ein Schoen. Ich glaube, es ist ein Schoen. Ist wahrscheinlich Moos kleiner, ich sag mal, Rachefeldzug, dass er uns einfach nicht gesagt hat, wo die Passage ist, obwohl er es sehr wahrscheinlich genau weiß. Aber naja, es gibt größere Übel in dieser Welt, wenn es darum geht. Also gucken wir mal, ob ich irgendwie irgendwo da irgendetwas finde oder auch nicht. Jedenfalls sollte ich jetzt irgendwie durch diese Tür gehen. Denn so hat es ja geheißen, dass der Weg irgendwo hier sein soll. Erste Schatztruhe. Ich werde die Schatztruhe haben. Erstmal Schatztruhe, dann vielleicht sich mal irgendwann um den See für Rot kümmern. Aber erstmal die Schatztruhe. Wo bin ich hier? Okay, also er würde uns zurückbringen, wenn wir uns verlaufen. Was soll das jetzt heißen? Kommt hier hinten. Bitte kein Teleportier-Rätsel. Ach Gott, das geht ja nur noch tie... Nicht euer Ernst! Na? Ah, ich bin woanders. Also wir gucken uns jetzt hier mal um. Heißt das, dass ich nicht an diese blöde Schatzruhe komme? Hä? Da muss ich irgendwie nochmal anders durch die Kathedrale gehen. Ich will die Schatzruhe haben. Ah, ja. Also da lang geht es zum weiteren Passagenring. Aber wie gesagt, ich würde gerne diese Schatztruhe haben. Also einmal kurz zurück. Aber ich verstehe, was gesagt wurde mit... Das ist ein gerader Weg. Ich meine, hier ist die Tür. Und wenn man jetzt einfach geradeaus geht, ist hier die nächste Tür. Das ist nicht so das Problem. Das hätte selbst ich noch irgendwie herausgefunden. Aber naja gut. Äh, was nicht ist, das ist nicht. Ach, scheiße. Wie soll ich euch jetzt bitte schön Treppensteigen interessant verkaufen? Ich meine, es ist Treppensteigen. Ich renne hier hoch und laufe höher und... Das Ganze mache ich wie oft? Viermal? Fünfmal? Ich habe nicht mitgezählt beim letzten Mal. Moment mal. Komm her. Bitte führ uns zurück. Ja. Viel besser. Hier ging es zu den Räumen von... Nein, gar nicht. Wahr. Hier ging es nicht zu den Räumen von ihren und so. Hier ging es sonst wohin, ne? Ach, du liebe Himmel. Irgendwie, irgendwann werde ich zu dieser Schatztruhe kommen. Fragt sich nur, wo ich lang gehen muss dafür. Ach, du Scheiße. Ach, ich hasse es jetzt schon. Es ist ja ein totales Durcheinander hier an... Ach, toll. Also, wenn ich mich warpe, dann... ...schieße ich einmal komplett dran vorbei. Ist auch nicht wirklich sinnvoll, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ich will doch nur die Schatztruhe haben. Hier geht es höher. Super. Och, ich hasse diese Kathedrale. Ich habe keine Ahnung, wo irgendetwas ist. Ich frage mich, wie hier jemand zurechtkommen soll. Ehrlich. So, rechts waren Ions Räume. Was ist hier? Ach. Dammit, Game. Dammit. Na? Was ist hier? Scheiße. Das ist echt beklackt. Ich weiß auch nicht. Die Kathedrale hätte... ...gratliniger sein können. Ich glaube, das ist ein gutes Wort dafür. Ich meine, jetzt schieße ich wieder komplett dran vorbei. Hallo, Schatztruhe. Ich komme da raus, was mir aber nichts bringt. Also gehe ich hier wieder hoch. Gehe zu meiner Linken rein. Gehe dann... ...keine Ahnung, wohin. Wahrscheinlich eine weiter und dann irgendwie rein, um dann irgendwie nach oben zu kommen. Ich weiß es nicht. Ich finde es nur so sinnlos. Und für sowas mache ich dann wieder solche Kathedralen und so alles nicht. Ich weiß... ...ich verirre mich einfach zu einfach. Einfach zu einfach. Naja, es geht hier hoch. Das ist schon mal gut. Ich darf durch die Tür. Das ist auch schon mal gut. Weil ich dann wenigstens, äh... ...weiter oben bin und irgendwie rauskomme. Und jetzt... ...wenn ich mir vorstelle, jetzt so Richtung Kameralauf oder was. Keine Ahnung. Ach du liebe Einmal. Wo komme ich denn da bitte schon wieder raus, hm? Was ist das? Ach du lieber Himmel. Was ist das hier? Keine Ahnung, was das jetzt sein sollte. Waren wir schon mal in dem Raum? Keine Ahnung. Soll irgendwas in dem Raum sein? Keine Ahnung. Ich will doch nur diese blöde... Kam ich da her? Oder da? Okay. Nein, mir geht's gut. Geh weg. Was ist das? Was ist da? Oh Gott. Ich hasse... ...so eine Kathedrale. Ach du lieber Himmel. Oh Gott, wo bin ich hier? Ah. Schon wieder so ein Scheißraum. Wofür sind die? Wofür sind die? Ernsthaft? Wofür sollen die sein? Was sollen die da machen? Bin ich jetzt richtig? Na ja. Wäre da minder, ne? Was mit dir? Wir bleiben hier. Und ich würde gerne weg von dir gehen. Ach du Scheiße. Wenn sich das Item da drin nicht lohnt. Dann werde ich sehr traurig sein. So, gucken wir mal hier. Ah. Sieht noch gut aus. Die Tür sieht sowieso zu aus. Da gehe ich nicht durch. Ne, ne? Du bist auch wieder so einer von wegen. Wenn du dich verirrt hast. Blablabla. Ah, okay. If you got lost, then stuff, then talk to me and I will bring you back. Yay. Auf einer Höhe mit der Schatzruhe. Nur, dass ich nicht rankomme. Ne, 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 ne. Was ist das da? Keine Ahnung. So das wie ein Geheimgang oder sowas. Weil die Wand so direkt so drastisch anders auss... Ich weiß nicht, ob das ja nicht ausgemalt ist, aber aussieht. Na ja. Was hier? Ein Weg nach oben. Tolle Wurst. Und dann gehe ich nach unten und dann nach rechts oder so. Keine Ahnung. Boah. Theoretisch irgendwie so in der Richtung sieht schon mal gut aus. Aber ich hasse es. Wenn jetzt noch irgendwas anderes in dieser Kathedrale ist, dann... ...kann es mich wahrscheinlich kreuzweise, weil ich das nicht finden werde. War ich hier nicht schon? Was eine Scheiße. Ich tue es zu. Okay. Oh Gott, wo bin ich? Was geht hier ab? Ich meine, jetzt bin ich höher. Also bin ich auf der Höhe der Schatzruhe? Oder ein Niedriger? Oder... Oh Gott. Was bist du? Wow. Äh... Okay. Ein Sunlight Chamber, huh? Oh. Oh. Das muss doch jetzt nicht sein. Okay. Was ich weiß, ist folgendes. Die Light Spare Cannon... Äh, Light Spear, nicht Spare. Cannon kann hierdurch... Ähm... Einen sehr drastischen oder einen sehr schnellen... Ähm... FVF Change machen. Sprich, wenn ich Lightning, äh... Blade einsetze, kann ich... sehr schnell mit... dem Sunlight Chamber... Wo ist es überhaupt? Die Light Spear Cannon umwandeln. Umwandeln in... Keine Ahnung, aber ich kann's. Und das ist schon mal etwas Gutes. So, ich treffe euch dann im nächsten Part wieder, wenn ich wieder vor der geheimen Tür stehe und wir uns aufmachen nach Mount Saleho. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag und bis dahin!